Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1 Part 29 Ich war grad hier und hab diesen Energieknoter da gebraucht Äh, nicht Energieknoter, dieses Energie-Teil hier Da muss ich so ein Ding einschmeißen Das war gar... Oh ne! Irgendwo war ja noch was Scheiße Boah, shit, alter! Au Oh, ich hasse die scheiß Viecher Und zum Glück sind die, bis ich nur ein paar mal komme Juh Oh ne, nach unten eh Ich hasse es nach unten Oh ne, alter Ganze ruhig, ganska ruhig Komm ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig Ah, da geht's raus. Aber ich sammle das Zeug ja, ne? Und das brauch ich auch, Stasi. Oh je, hoffentlich ist da auch nix. Ah, ein Textstoff. Logbook oder was? Ja, wie gesagt, wir können es ja stoppen. Halbleiter Gold, was ist hier drin? Munition. Und was ist hinter mir, wird's gar nicht wissen. Ah, gut. Unhypeckly. Alles auch. Tolles Brauch. Und weiter geht's. Oh, ein Großer Rauch. Oh, ein Großer Rauch. Sehr Großer Rauch. Oh. Hä, da war doch grad so Viech, oder? Ja, entscheidend nicht. Ah, ich muss da raus. Ich hab's gar nicht aufgenommen. Oh. Oh. Oh, wie ist das? Oh. 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 Gut, das war's hoffentlich. Ah, okay, ich heil mich kurz. Ähm. Okay. Ich hab das bei meinem Bruder schon mal gesehen. Da muss ich das, glaube ich, anhalte hier. Und auf die Dinger schießen. Wow. Wow, shit. Ist das auf der anderen Seite jetzt noch ganz? Nee, das ist auch kaputt. Okay, äh, war da oben vielleicht noch eins, zufällig? Nee. Dann muss ich jetzt... raus. Aber dann muss ich warten, bis das Ding sich, glaube ich, dreht. Oh, stimmt. Ich kann gar nicht springen. Weil... oder kann ich springen? Mal gucken. Aber erstmal muss ich warten, bis das Ding sich jetzt noch mal dreht. Gleich. Ich springe gleich. Und los. Los, 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 los. Renn, 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 renn. Eintritt Vakuum. Das muss ich geschützt sein, oder? Ah, jetzt... Oh. Baby. Au. Oh, nochmal ein Baby. Bleib. Bleib. Da. Dead Baby. Okay. Wie legt man das? Mit 3, oder? Oh, nein. Da ist was vor mir. Und irgendwie muss ich das legen können. Ah, mit X. Was? Sehr schön. Ah, hier. Meine Luft geht aus, ich muss mich beeilen. Ich nehme mal irgendwo eins. Auf der anderen Seite renn, 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 Isaac. Komm schon. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Okay, rein. Sofort wieder runter, schnell. Dreh dich, dreh dich. Dreh dich, Mann! Oh, oh, fuck. Scheiße. Ich muss nochmal alles machen, super. Egal. Ich muss noch perfekt abpassen. Ja, gut. Toi, jetzt kann ich nochmal alles einsammeln. Super. Super. Die Stahlsapp auch nicht. Ich muss nochmal alles machen. Das hier habe ich nicht drauf, dass ich hier aufraucht. Ja, das Ding hab ich hier schon gläselt. Goldteil, ähm, das war Geld. Und hier war noch was drin, oder? Geh auf. Ja, Dingens-Molition, okay. Na gut, schnell, wir testen nachher hier. Ganz oben müsste auch noch eins sein. Da gehen wir gleich hoch. Leck mich am Arsch. Es ist unglaublich, ey. Es ist unglaublich. Mein Gott, Alter. Auf ein neues. Ich mach's mit dem Partner. Das ist mir egal, wenn er 30 Minuten lang wird. Ich mach's mit dem Partner. Das ist mir egal, wenn er 30 Minuten lang wird. Hier ist wahrscheinlich sowieso keiner, aber egal. Ich starte schnell auf, Wille. Toll, Alter. Ja, Geld. Und hier war noch was. Und weiter geht's. Oder... Besser gesagt, erneut... Wetter geht's. So, und jetzt springen wir nicht durch den Strahl hier durch, sondern wir springen jetzt hier auf der Dach hier, hoffentlich. So, und die kleine Mischspiecher, oder die verdammte? Wo sind die? Warten mal kurz, was sie kommt. Anscheinend kommen sie nicht. Dann gehen wir einfach raus, wo sie kommt. Okay, doch. Jetzt scheint's da zu sein. Näh, denn scheiß nicht. Okay, jetzt müssen wir uns da abpassen. Verarsche. Du Gott. Ja, komm her und schreit behindert. Nice. So, tot. Okay. Und jetzt, jetzt geh ich raus. Ganz lieber. Okay. Drei. Zwei. Eins. Gut, dann halt nicht, aber auch mal. Nein! Zweimal Stase verbraucht und ich hoffe, ich schaff's noch raus. Ich hab grad gedacht mit... 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 Oh, jetzt hab' ich das Ding gesetzt. Super. Ja, Baby, kannst du mich nicht abschießen? Oh... Dafür kannst du dich abschießen. Oh... Oh... Mein... Äh... Luft geht wieder aus. Okay, und diesmal muss ich schnell die Dinger ausschalten. Oh... Zum nächsten schnell. Ich brauch schnell einen Start-Tag. Schnell, 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 schnell. Achtung. Ladung 8772 ist nicht... Jetzt hab' ich wieder Start-Tag vor, eh. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Okay, wenn sich's wegdreht, sofort runter. Oder? Gott sei Dank bin ich nicht runtergesprungen. Aber jetzt... Wenn sich's jetzt dreht, sofort runter. JAAAAAAA! Oh, ich glaub's, ich hab's geschafft, eh. Egal. Wo bin ich hier? Oh Gott, zum Hänger bin ich hier! Ehm, ich muss irgendwie da... Da hin. Die Kisch-Tea-Schmerha, oder? Munition. So, jetzt wo muss ich hin? Da rein, perfekt. Die Kisch-Tea-Schmerha, oder? Ich muss zurück... Äh, halber, ich schiel in den Speicherpunkt fest. Ne, da war keiner, gell. Ne, da war keiner, gell. Ne, da scheiße. Achso, da war's Stasi-Station, ja. Oh... Wie schlank, sag' um die Beine, hä. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Gut, weiter geht's. Ja, der Part wird wieder so 14 Minuten rum. Ach du Scheiße. Ja, da kommt Feuer raus. Geh schnell. Geh schnell. Schnell, 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 schnell. Ach du Scheiße. Dieses Feuer auch mal aus. Das Feuer geht nicht mal aus, dann gehen wir in eine andere Richtung. Ah, jetzt soll ich nichts drauf machen. Ich brauche ihn nicht. Äh, mir geht doch kein Feuer ein. Was ist denn echt? Das Feuer muss losgehen. Okay, perfekt. Und in unserem geliebten Raum zu sein. Ich hab keinen Hunger. Ähm, Werkbank, ich hab ja keinen Knotenkrieg, gell, ne. Okay. Aber dahinten war ein Speicherpunkt. Das Speichern mal schnell. Gut. Alles klar. Dann sehen wir uns wahrscheinlich, schätze ich mal, in Part 30 wieder. Okay, also. Bis dann. Ciao.